Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Geisselberg. Heute am Sonntagmorgen einen wunderschönen Wünsch für euch. Ja, es ist jetzt, glaube ich, knapp eine Woche kein Geisselberg-Video mehr erschienen. Er lag daran, erstens, ich hatte nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, technisch, Arbeit und so weiter. Zweitens, gestern ist WLAN abgekackt, keine Ahnung warum, ich wollte eigentlich gestern schon eine Folge für euch aufnehmen. War gerade am Hochladen und da ist WLAN abgekackt. Ja, damit war ich auch flach gelegen, also nehme ich heute hier eine neue Folge auf und ich hoffe, das WLAN hält sich so lange. Ja, ihr seht, ich habe auch, sprich, das, was ich gestern verpasst habe, ich habe den Tag vorgespult. Wir haben natürlich einen Haufen Geld abgezogen, bekommen wir jetzt noch 2.000 momentan. Letztens hatten wir, glaube ich, noch 5.000 oder so auf dem Konto. Und ja, hier habe ich gestern schon gedroschen, bzw. der Helfer hat gedroschen. Dann sieht es hier oben und da unten hat er auf jeden Fall jede Menge stehen gelassen. Wo waren wir denn gestern noch am Werk? Genau, stimmt, wir haben die Ballen abgeladen, da kann ich auch mal ganz kurz hinspringen. So, zwar haben wir nämlich gestern die Ballen abgeladen. Und ja, wir haben hier rausgesucht das Nehmer und die habe ich hier sehr reingestappelt, die hat uns jetzt ein bisschen verschoben, die waren gestern ein bisschen schöner, aber gut. Da werden wir dann vielleicht heute auch noch weitermachen, wenn die Zeit es zulässt. Wir gehen mal ganz kurz wieder zu unserem Drescher, unserem Dominator. Und dann legen wir hier auch los, bzw. machen weiter. Den Rest in der Hälfte, da machen wir aber keine Strohablage, sondern das lassen wir häxeln. Weil, das sammeln wir sowieso nicht auf. Und voll ist er auch schon gleich, sehe ich. 90% Oh, knapp. Fahren wir da nochmal einmal längs? Ne, ich glaube, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Die paar Körnchen machen es da auch nicht aus. Finde jetzt ich mal. Hier, und jetzt müssen wir nochmal umdrehen, weil da kommen wir nicht ganz rum. Oh, das war der Falsche. Voll irgendwie auf C-E-Taxa. Oh, okay, das ist dieses Ding, das wir bald vollsehen. Und zwar habe ich mir nämlich von der eine oder... Ach, da war so eine Schwarz, deswegen hat es so gehoppelt. Und zwar hat der eine oder andere es vielleicht schon gesehen, und zwar der gute Nordrhein-TV-Player. Also Ansgar hat sich ja von LS-Zeiten-Konsolen so eine Seiten-Konsole gekauft, bzw. bestellt oder bauen lassen. Und dies bei mir auch in der Mache wird demnächst wahrscheinlich fertiggestellt. Also er ist schon toll dabei. Also ich muss wirklich sagen, Ehrenmänner, Digga. Ehrenmänner, wirklich. Ups. Ja, die, die sowas machen, das ist wirklich... Also... Kuss geht raus, Leute. Also wirklich. Schau gerne mal bei denen vorbei. Gibt es natürlich auf Instagram LS-Zeiten-Konsolen. Oder auch auf YouTube. Gibt es auch ein Info-Video zu... Also ich habe jetzt die größte genommen. Also sprich, die hat zwei... Oder beziehungsweise... Ich glaube... Ich will mir jetzt nicht vertan, aber ich glaube, die hat 29 belegbare Plätze. Also beziehungsweise Knöpfe. Ich habe jetzt die Seite-Zeiten-Konsolen hier, die standardmäßig. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12... Ähm, das Ding, ja, ist für Leute, die jetzt, sagen wir mal, ab und zu spielen, nicht schlecht. Aber das Ding kommt auf jeden Fall weg. Und dafür kommt dann eben die... Ich glaube... LC-3... Nee. Oh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die größte kommt her. Die hat zwei... Ähm... Zwei Steuer... Benübel, sagen wir mal so. Für... Die... Frontlader, beziehungsweise... Kann man belegen, wie man will. Man kann es jetzt zum Laufen hernehmen, werde ich nicht. Weil... Da hätte ich lieber... W-A-F-D... Das Standardding halt eben. Und... Ja... So... Zum Thema dazu... War es das eigentlich? Hatt ich noch irgendwas geplant zu sagen? Ja, ne. Der neue Gaming-Spiel ist halt angekommen. Den habe ich jetzt heute in Benutzung. Schönes Teil. Ähm... Ansonsten... Glaube ich, gibt es soweit nichts Neues. Von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Weil diese Stellen lassen wir uns nicht hingehen. Oh, da habe ich schon noch ein schönes, kühles Red Bull. Muss wirklich sagen, bester Stoff, Alter. Perfekt, wenn man lange zocken will. Hält schön wach. So. Wenden wir hier ganz mal ganz kurz. Ich hoffe, wir kommen nicht an diesen komischen... ...Haufen da ran. So, ich hoffe mal, die restlichen... ...Drockenkörnchen gehen da vorne noch in den Anhänger rein. Der sieht zwar schon relativ voll aus, aber ich hoffe es mal. 1000 Lidl sind es noch. Ah, könnte knapp werden. Dass es sich nicht ausgeht. So, das haben wir hier. Somit das Feld abgeschlossen. Komm, bitte, dass das Rest da noch reingehen. Das wäre richtig gut. Ja, okay. Ja, ähm... Dann müssen wir den Rest halt eben dann nochmal abholen. Wir werden jetzt mit dem schon mal zum hochfahren. Beziehungsweise in die Richtung hoch. Und dann stellen wir den von hoch ab, weil, ähm... Wir machen jetzt die zwei unteren Felder, würde ich sagen. Und da ist ja Raps drauf. Weil das war das einzige Feld, was wir mit Trocken besät haben. So, dann machen wir hier die Pappwelle ab. Ach, der hat doch Schläu. Ich habe es mir doch gedacht. Jetzt aber. Also, das ist ja auch schon gegrübert worden. Das Feld hier letztens war da glaube ich noch was drauf. Dann sind wir weit genug zurückgefahren. Ja, das geht. Bisschen ranziehen, ne? Schau, Schläuche sind auch dran. Dann geht's in Richtung Hof. Den Eier werden wir jetzt dann gleich holen. Die Ballen, hier liegen ja auch immer noch Ballen. Die muss ich dann auch noch zum Hof bringen. Und genau, stimmt. Das ist nochmal so zu sagen. Wenn jetzt hier jetzt jemand denkt, der hat doch in dieser Halle diesen Greifer für, wie eben zum Beispiel Heu, Gras, Stroh, etc. Ich habe es in der letzten Folge versucht. Und ja, sagen wir mal so. Ey, das sah nicht schön aus. Erstens, der ist eigentlich, ich weiß nicht, ob er einen Zweck hat, dass er benutzbar ist. Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Und wenn, dann wahrscheinlich nur für loses Material, weil ich habe es mit den Ballen versucht. Die glitschen da rein, packen sich rum, fliegen durch die Luft. Ups, aure. Ich kann schon vergessen. Also, ich werde jetzt hier halten. Wenn wir dann nochmal abtanken können. Ups. Also, das war nicht schön anzusehen. Ähm. Ah, da war er schon. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ja, wir hauen die da drüben in die andere Halle rein, da wo ich Platz ist. Weil sie eh nicht benutzt wird. Momentan auf jeden Fall noch nicht. Und da kann man halt, weil es ist eh eine große, lange Halle und da kann man halt wunderschön die Ballen rein machen. Und die stören da auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine relativ gute Kombi hier, den Eichel hier für die Felder einzusetzen. Also, zum Abtanken von den Feldern. Und dann den JCB mit dem großen, ich glaube, 30 Kubik gehen, glaube ich, rein. Also 30.000 Liter. Den Dreiechser halt eben dafür dann für lange Strecken verwenden. Ist, glaube ich, eine relativ gute Idee. Und ja, ich habe es nicht vergessen, wir haben ja noch den zweiten Dreiechser. Den werde ich jetzt dann auch gleich anschmeißen. Da habe ich eben schon ein paar Ballen reingemacht. Da sind noch vier Stück jetzt drauf. So, fahren wir hier rein. Fahren wir rein. Ja, perfekt. So, dann auswählen. Zack. Dann mal abladen. Und dann holen wir noch das Restchen, was im Dreiechser drin ist. So. Wurde gerade nochmal eingeschrieben. Wegen des Snowrunner-Zocken. Im MP. Das könnte, ja, gut gehen. Ich dachte, ich bin schon zu knapp rumgefahren, aber ging es nicht noch aus. Ja, der Straßenforscher. Es tut mir leid, aber du musst weichen. Ich brauche hier keiner. Dann machen wir hier die letzten 900 Liter noch rein. Das ist eigentlich lächerlich wegen 900 Liter. Im Spiel auf jeden Fall in echt wäre es natürlich schon eine bisschen größere Summe. Es tut mir leid, dass ich durch das Fisch geproberte Feld durchfahren muss. Aber ich habe hier keinen Platz ansonsten. Das kannst du vergessen. Und da steht eben noch der Händler, äh, der Händler, sage ich schon, der Anhänger von meinem Kollegen. Den müssen wir auch noch zurückbringen müssen demnächst. So. Aber das ist erstmal wichtiger, den braucht er jetzt momentan noch nicht. Also das ist erstmal wichtiger, unsere Felder abzuerten und alles. Wir werden eh wahrscheinlich den ganzen Tag dafür brauchen. Vielleicht werde ich so mal, wir werden mit dem Thrasher gleich hochfahren. Ich habe ganz vergessen, wir haben hier Follow-Me drauf, also sprich kann ich den Wotan hinter mir herfahren lassen. Dann habe ich die zwei nämlich gleich auf einmal oben, weil das mit dem Königsdigger den Berg hoch war glaube ich keine so gute Idee. Ich werde den eher in der Ebene einsetzen, also sprich für die zwei Rapsfelder. Und oben wird der Wotan dann mit dem größeren Thrasher auch für die Soja-Bodenfelder eingesetzt und dann läuft das glaube ich gut. Ich muss ja gucken, dass ich mich halt auch, ähm, äh, hallo, 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 hallo. Ganz ruhig. Wir fahren ja schon. Und außerdem, wieso hat der Licht angemacht? Naja, egal. So, wir können ihn eigentlich zumachen. Warum jetzt so? Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Egal. Ja, auf jeden Fall werde ich halt oben den Eier botern, weil halt auch einfach ganz rück dahinten, ne? Einfach Stärke ist für da oben einsetzen. Wenn man in den Spiegel reinguckt, da könnte man meinen, das ist voll durchstrickt und nebelig. Junge, es scheint die Sonne, okay, es ist ein bisschen nebelig. Es ist siegen, knapp, acht Uhr am Morgen da, also, da kannst du auch mal noch ein bisschen nebelig sein, ne? Und überhaupt, das hat er denn über die Nacht geregnet, wo ich vorgespult habe. Und dann will ich einfach so dringend nötig, dass es mal so richtig schön regnet, so eine ganze Nacht oder den ganzen Tag über, dass die ganzen Felder mal so richtig schön Wasser bekommen, richtig schön die Pflänzchen, alles, ist ja so wichtig. Und außerdem für mich, als im Vorst, wäre es natürlich auch wichtig, dass die Bäumchen, weil ich sie erst frisch gepflanzt habe, vor einem Monat, dass die halt richtig gut Wasser kriegen, damit die halt auch schön wachsen. Und das andere ist, Unkraut gibt es im Garten, gibt es überall, wächst natürlich da draußen wie normal aus, ne? Das ist das andere, was halt machen braucht, muss man immer wieder zum Ausmähen raus. Aber, das geht ja, ne? Also der Bauer hier kümmert sich aber auch nie um seine Felder hier. Links und rechts sprießt das Unkraut in vollen Zügen. Also entweder lässt er sich ziemlich viel Zeit damit, oder er denkt sich nur so, ach ja, für die Bienen lassen wir hier das Unkraut, was blüht, stehen. Hier ist zwar wichtig für Bienen, die Blüten und so weiter, aber auf dem Feld, naja, sind wir hier schon und ja, das dürften unsere Felder sein, glaube ich. Also ich halte jetzt hier, ich mach zuerst den, okay, er hat Abstand gelassen, gut. Dann mach ich jetzt zuerst mal hier den Eicher ein bisschen weg. Junge, wieso stehe ich nicht Licht angemacht? Brauchst du doch gar nicht. So, jetzt ist es aus. Äh, mal parken wir den Kollegen. Ich würde sagen, hier. Ne, warte, wir drehen den einfach mal. So, natürlich hier nicht ins Feld reinfahren, wäre ein bisschen suboptimal. Anhänger, auf jeden Fall stehen gerade. in den Feld reinfahren. Ja, geht. Das passt schon, der kommt schon vorbei, wenn einer vorbeifahren will. So, warte mal, wir sind Anhänger hier. Ah, wir stehen schief. Ob wir sind falsch herum. Da, wenn wir ganz kurz umdrehen. Gut mir leid, ich sage jetzt mal, Bauer, geht, dass ich hier in den Feld reinfahre. Arbeit geht nochmal nicht anders. Ich muss hier irgendwie wenden. Und so lange bei ihm nichts wächst. Und die sind ja alle aus einem Dorf, wir kennen uns ja alle. Und das schläge ich jetzt nicht. Zack, Zack. Also, machen wir mal den Drescher auf hier. Wir sind immer rein gefahren. Das gefällt mir auch gar nicht. Zack. Schläge ran, da dran. Und dann klappt das Ganze. Naja, ist jetzt fast nie zu vermeiden, dass man ein bisschen reinfahren muss in den Bestand, überhaupt, wenn es hier so eng ist wie hier. Aber vorgewährende müssen wir noch fahren, tatsächlich. Das geht anders nicht. Nun, da haben wir ein bisschen was stehen gelassen. Naja. Weil der Helfer, ähm, schafft das, oder checkt, beziehungsweise checkt das nicht so ganz. Deswegen müssen die, zwei Bahnen auf jeden Fall aus der Umfahrung fahren. Acht Euro, lu, hä? For what? Achso, für den, Fahrer, der hinterher gefahren ist. Junge, da haben wir acht Euro gewonnen. Wir sind zwei Minuten gefahren, alter. Aber gut. Acht Euro fehlt jetzt von unserem Kontostand nicht so doll auf. Ach, hier hat man gar nicht angesehen. Beziehungsweise, der Helfer hat nicht angesehen. Also Freundchen, das wird von deinem Lohn abgezogen. Das geht so nicht. Das ist alles bares Geld, was hier nicht angesehen wurde. Nein, 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 nein. Hier links sind auch Sojabohnen und unten, glaube ich, auch. Mhm. Ach, hier drüben hat er noch gar kein Unkraut. Okay, dann ziehe ich alles zurück, dann ist er schlau. Ich mache das nämlich auch immer so, ich warte, bis die Felder alle voll Unkraut sind und dann mache ich sie erst und dann mache ich sie erst weg. Das macht mehr Sinn. Meines Erachtens. Kommen wir hier drüben? ja, nicht ganz optimal, aber im zweiten, wir fahren ja zweimal aus, um dann zu uns anpassen. Hätte ich gar nicht gedacht, sind wir jetzt schon 20 Minuten nur am Drescher Übersetzung und am Dreschen. Sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Okay, ich werde hier fast weitergeben. Das müssen wir mal noch machen, damit wir die Felder wahrscheinlich verbinden werden. Wenn es das Amt, beziehungsweise der Bürgermeister alles zulässt, wenn wir hier durchflügen können, wenn wir die Felder verbinden können, dann wird es wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, wird es einem in Hilfe problematisch? Ich glaube nicht, weil normalerweise erkennt er das ja. Aber wenn er auch angesehen ist, dann fährt er normalerweise einfach weiter. Na, müssen wir dann auch gucken, wie er es denn macht. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir jetzt dann von den Sojabohnen und so weiter ein bisschen Geld haben, kommen, also kaufen wir uns keinen Traktor, kein Feld oder so. Außer wir hätten jetzt so viel Geld eingenommen, dass wir uns dann noch was kaufen könnten. Aber nein, wir haben ja gesagt, wir kaufen uns Kühe. Wir haben hier zwei Kühlstelle, also eine normalen und einen kleineren, beziehungsweise Unterstand mit Freilauf. Dass wir da Kühe reinmachen, wenn wir es schon am Hof haben. Um keinem Sorge, es werden nicht nur Kühe kommen, Stappenbrauch und es ist ja geplant, wie früher ist immer, Schweine, beziehungsweise Schweinezucht, wenn es sie denn gibt. Genaues weiß man ja auch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gehypt auf die Karte. Und das wird ein bisschen im Gegensatz zu hier werden, also wir werden ein paar bekannte Traktoren wiedersehen. Also es wird auf jeden Fall ohne Rea-Mod, der manuelle An- und Abkoppel-Mod fliegt raus. Also die beiden Mods fliegen auf jeden Fall raus. CP kommt rein. weil mir reicht ein RP-Projekt, beziehungsweise unter Anführungsstrichen RP-Projekt. Das andere wird jetzt, das Stappenbach-Projekt wird jetzt nicht komplett chaotisch werden, aber halt ein bisschen auch normales LS-Spielen angelehnt, also mit CP und so weiter. Ja, ich werde offline wahrscheinlich noch die zwei Bahnen außenrum fahren oder die eine oder halbe ist eigentlich nur noch, weil wir haben es ja fast. Weil wir sind auch schon wieder fertig für heute, liebe Leute. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne in den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge auf der Geisselberg. Und ich werde das noch fertig machen. Und dann wünsche ich allen einen restlichen schönen Sonntag und guten Start in die Woche und ja, bis demnächst und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.